Hallo zusammen, hier ist der Limbix und in diesem Video möchte ich euch Resonance Capital Group vorstellen. Das ist ein Projekt, das am 2. März gestartet hat und bereits jetzt schon für viele Spekulationen und Gerüchte gesorgt hat. Auf die werde ich zunächst nicht eingehen, stattdessen würde ich euch das Unternehmen vorstellen und den Marketingplan. Worum geht es hier? Es geht um Penny Stocks, sogenannte Billigaktien, die unter 5 Dollar kosten. Im Euroraum sagt man auch 1 Euro Aktien. Mit der richtigen Auswahl, mit dem richtigen Portfolio an Penny Stocks kann man richtig viel Geld verdienen. Hier seht ihr, dass die größten oder die bekanntesten Milliardäre in den USA Penny Stocks in ihren Portfolios haben. Mit der richtigen Trading Strategie kann man hier richtiges Geld verdienen. Resonance Capital hat zwei Filialen, einmal in Lettland, in Riga, einmal in den USA, in Manhattan, New York. Hier seht ihr die ganzen Kontaktdaten. Ihr könnt auch hier das Unternehmenszertifikat sich anschauen. Das Unternehmen ist in Schottland registriert. Und somit wären wir schon beim Marketingplan. Das sind die verschiedenen Portfolioinvestitionen, verschiedene Pakete. Insgesamt sieben. Test, Start, Bronze, Silver, Gold, Platinum und VIP. Hier seht ihr eine Übersicht von allen Plänen mit jeweils dem Preis, der Laufzeit, Gewinn pro Woche, Gewinn pro Monat. Gesamtgewinn, Gewinnermittlung. Das heißt, die Ausschüttung ist immer freitags. Allerdings kann man jeden Tag auszahlen lassen. Hier seht ihr die Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit bezieht sich auf die Lebensdauer des Projekts. Das heißt, das Startpaket könnt ihr nur einmal im Leben kaufen. Das Bronzepaket nur zweimal. Silver dreimal. So, ja, ich werde die einzelnen Pakete noch mal im Einzelnen besprechen. Und beginnen würde ich mit Start. So, hier habt ihr die Möglichkeit, entweder 50 oder 100 Dollar einzusetzen. Die Laufzeit ist 6 Monate. Nach 6 Monaten habt ihr einen Gewinn von 144%. Das ist ein Reingewinn von 44%. Und das sind ungefähr 7% im Monat. Bronze läuft auch 6 Monate. Hier könnt ihr von 150 bis 700 Dollar einsetzen. Die Gesamtrendite ist 48,8%. Und das sind dann ungefähr 8% im Monat. So, dann gibt es Silver. Silver läuft 12 Monate. Die Gesamtrendite ist 58,4. Hier könnt ihr von 800 bis 2000 Dollar einsetzen. Es gibt noch Gold. Gold läuft 12 Monate. Die Gesamtrendite ist 68% und einsetzen könnt ihr 2500 bis 5500 Dollar. Platinum, hier könnt ihr 6.000 bis 9.000 Dollar einsetzen. Läuft 12 Monate und die Gesamtrendite ist 80%. Für die ganz großen Anleger gibt es das VIP-Portfolio. Hier kann man von 10.000 bis 16.000 einlegen. Der Plan läuft 12 Monate und die Gesamtrendite ist 92%. Ja, es gibt einen Testplan, den bekommt jeder. Sobald ihr euch registriert habt, bekommt ihr den Testplan geschenkt plus 5 Dollar eingezahlt. Und wenn ihr weitere Pakete kauft, wie zum Beispiel Start, wenn ihr Start kauft, dann gibt es 10 Dollar Bonus auf den Testplan. Wenn ihr zum Beispiel Bronzer kauft, dann gibt es 30 Dollar Bonus und so weiter. Die Laufzeit ist 28 Tage, das sind 4 Wochen und der Reingewinn ist 12%. Ja, Zahlungsmöglichkeiten. Momentan kann man mit Perfect Money, Advanced Cash und Nix Money bezahlen. Demnächst wird aber noch Payer und Bitcoin integriert. Mindesteinzahlung ist 5 Dollar, Mindestauszahlung ist auch 5 Dollar für Perfect Money, Advanced Cash und Nix Money. Für Banküberweisung ist es schon etwas höher. Einzahlung ab 500 und Auszahlung ab 1000. Bezahlt wird in der Regel sehr schnell, manchmal in Stunden, in wenigen Stunden. Aber offiziell wird hier angegeben, dass es 2 bis 5 Werktage dauert und es wird keine Gebühr veranschlagt. So, kommen wir zum Karriereplan. Sobald ihr euch registriert habt, seid ihr Consultant. Genau, das ist dann der erste Rang. Und wenn ihr dann 2000 Dollar in eurer Struktur habt und ein Bronzerpaket gekauft habt, dann werdet ihr zum Manager. Und je höher der Rang, desto mehr Partnerprovisionen bekommt man. Aber dazu etwas später mehr. Okay, naja, und die Ränge, die gehen bis Shareholder 5 Sterne. Da muss man ein VIP-Portfolio besitzen und 10 Millionen Dollar in seiner Struktur haben. So, wie berechnet sich die Gesamtinvestition der Struktur? So, in erster Linie werden die Umsätze zu 100% gezählt, in zweiter zu 50% und es wird immer weniger, je weiter unten investiert wird in der Struktur. So, ja, es gibt einen Classic Bonus. Das heißt, je höher der Rang, desto mehr Bonus bekommt man. Wenn ihr Consultant seid, dann gibt es 3% Partnerprovision auf die erste, auf die direkte Linie. Und sobald ihr Manager werdet, gibt es schon mehr, gibt es 5% auf jeden Partner in erster Linie. Allerdings gibt es noch 2% zusätzlich auf die ganze Struktur, auf den ganzen Strukturumsatz. Und es geht so weiter bis zum Shareholder 5 Sterne. Der bekommt 20% auf seine direkten Partner und 17% auf die ganze Struktur. So, ja, es gibt einen Premium Bonus, sobald man eine bestimmte Stufe erreicht hat. Für den Manager gibt es noch nichts. Allerdings gibt es für den Top-Manager 1.000 Dollar, wenn man dann Direktor erreicht hat, was 50.000 Umsatz wären, dann bekommt man schon 2.500 Dollar. Und, ja, Shareholder 25.000 und Shareholder 5 Sterne, da bekommt man schon 1.000.000 und ein Appartement, ein Luxus-Appartement. Oder, nee, so rum. Entweder 1.000.000 oder das Appartement. Okay, ja, wenn man sich einmal das Backoffice anschaut und diejenigen von euch, die die Questra kennen oder in Questra investieren, denen wird das hier bekannt vorkommen und daher auch die ganzen Gerüchte, dass es eine Verbindung geben soll zur Questra. Dazu möchte ich noch keine Stellung nehmen, weil ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Aber sobald ich mehr weiß, würde ich das natürlich bekannt geben. So, die Verifikation, diese ist nicht, das ist keine Pflicht. Die Verifikation ist keine Pflicht. Allerdings, wenn ihr offizielle Dokumente von Resonance Capital erhalten möchtet, wie Broschüren, Flyer oder irgendwelche Merchandising-Artikel, dann müsst ihr mindestens 500 Dollar eingezahlt haben und ihr müsst verifiziert sein. Aber zum Abheben, zum Auszahlen braucht ihr keine Verifikation. So, ja, das war es eigentlich schon. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr euch das Projekt anschauen würdet, euch registrieren würdet unter dem Link unter diesem Video. Wenn ihr Fragen habt, einfach anschreiben über networkmoney.me.contact oder einfach der Telegram-Gruppe beitreten und den Link findet ihr auch unter diesem Video. Viel Spaß mit dem Projekt. Tschüss.